. Sein Markenzeichen sind seine Lippen. Auf die bin ich am meisten stolz. Die Lippen haben mich bisher das meiste Geld gekostet. Ich bin bei meinen Lippen schon bei 10.000 Euro angekommen. Dafür sind sie mir einfach viel zu klein. Stefan Streubel liebt es, aufzufallen. Wie sollen deine Lippen aussehen? Wie groß? Ich hätte gerne, dass meine Lippen so groß sind, dass sie schon an der Nase anstoßen. Dass sich die Leute von Weitem denken, du heiliger Mist, was ist das? Ich liebe das auch ein bisschen zu provozieren. Wenn Leute Kritik an mir ausüben, gefällt mir das eher, als dass es mich runterzieht. Und manchmal geht auch was schief. Ich habe mir tatsächlich schon mal die Mundwinkel mit Botox unterspritzen lassen, damit ich nicht mehr lächeln konnte. Das war auch ganz witzig. Nur dann musste ich tatsächlich beim Essen immer meine Hand vor den Mund halten, weil ich immer mit meiner tauben Lippe das Essen vom Löffel gestoßen habe. Das war ein bisschen unpraktisch, aber es war ganz witzig. Leben und leben lassen. Das Motto nicht nur an seinem Geburtstag. Ich würde mal sagen, den stellen wir am besten auf den Stehtisch, oder? Ja. Auf Stefan! Freunde wie Lisa gefällt sein ausgefallener Geschmack nicht unbedingt. Doch das heißt ja nicht, dass man sich deswegen nicht mag. Er ist mega crazy und verrückt. Ich kann mit ihm alle möglichen Sachen besprechen. Oh je, wenn man wüsste. Aber er ist auch sehr hilfsbereit. Und seine extreme Art, künstlich aussehen zu wollen? Ich habe halt gemerkt, ihn macht es glücklich. Ihm gefällt es so, wie er das macht. Und wenn er glücklich ist und es wirklich machen will, ich meine, abhalten kann ich ihn eh nicht. Wer ihn kennt, der weiß das. Und solange es ihm gefällt und er seine Gesundheit damit nicht gefährdet, dann finde ich es auch okay. Das ist auch kein Spleen, den Stefan Streube gerade einfach mal so hat. Mach mal noch einen. Ich wusste schon immer, was ich will. Aber vor allem, ich wusste es auch schon sehr früh. Schon mit 14 wollte ich meine erste Nasen-OP haben. Und ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal das Ziel hatte, dass ich wirklich Plastik aussehen will. Also künstlich. Aber da war ich wahrscheinlich auch erst um die 14 Jahre alt rum. Und jetzt ist er 29 und sieht nicht mehr so aus wie früher vor all den kosmetischen Eingriffen. Seine Wangen, seine Nase, seine Stirn sind gefüllt mit Botox. Sein Doppelkinn hat er mit einer Fettspritze bearbeiten lassen. Sein Haaransatz ist transplantiert. Und der nächste Eingriff steht an. Fettabsaugen in den Wangen und am Doppelkinn. 3.000 Euro kostet das. Pforzheim heißt sein Ziel. Seine 3.000 Follower auf Instagram hält er während der ganzen Reise auf dem Laufenden. Wir begleiten ihn allerdings nur bis zum Eingang. Keine der angefragten Praxen, und das waren einige, wollten uns drehen lassen. Offenbar möchte keiner nach außen solch einen Patienten behandeln. Stefan Streubel postet, was das Zeug hält, auch direkt vor und nach der OP. Und es geht ihm gut, drei Stunden später. Er erzählt uns, was mit ihm gemacht wurde. Das war so ein bisschen unangenehm, weil er hat das mit einem Laser aufgeschnitten. Und das hat eben sehr stark nach verbranntem Fleisch gestunken. Und das war so ein bisschen unangenehm. Und auch, wo er da halt ein bisschen das so rausgezogen hat. Man hat gemerkt, das ist nicht alles in einem Plopp rausgekommen. Und dass er da halt sehr ziehen musste und rumschnippeln, das war ein bisschen unangenehm, aber es war auch komplett auszuhalten. Das Resultat? Drei kleine Einstiche am Kinn und ein geschwollenes Gesicht. Auf dem Heimweg macht er sich dran, Fragen auf Instagram zu beantworten. Gute Frage. Ich gehe mal davon aus, halt auch diese drei, vier bis vier Wochen, solange ich den niedertragen muss. Und ja, bis man das Endergebnis sieht, eben mehrere Monate. Ich glaube, ich hatte noch nie so dicke Wangen, auch wo sie mir die Weisheitszähne rausgenommen haben. Also ich sehe gerade aus wie, keine Ahnung. Zwei Wochen später treffen wir Stefan Streubel wieder. Doch so wirklich anders sieht er nicht aus. Die Schwellung von den Wangen ist jetzt schon fast ganz weg. Ich muss sagen, ich habe jetzt das Gefühl, es hängt aktuell noch ein bisschen, weil sich die Haut noch ein bisschen regenerieren muss. Aber ja, ich bin bisher schon ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und er weiß jetzt schon, das war nicht das letzte Mal. Also ich glaube tatsächlich schon, dass Schönheits-OPs auch einen Suchtfaktor haben, genauso wie Tattoos. Weil direkt nach der OP dachte ich mir schon so, Mist, was will ich als nächstes machen? Deshalb, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die OPs auch einen Suchtfaktor haben. Ich hoffe, es wird nicht so, wo ich wirklich alles gut sagen teуze. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Entschuldigung!